Ein Hallo und Herzlich Willkommen Freunde. Wir machen jetzt hier eine Zusammenfassung mit dem wichtigsten Video für die Season, auch ohne die Brille. Und zwar geht es darum, wir sind live im Stream, aber es geht im Endeffekt darum, was ihr in die Season mitnehmt. Bedeutet also, weil es hieß ja von Blizzard schon, Achtung, Altäre werden mitgenommen, das wird mitgenommen, das wird mitgenommen und, und, und. Und das wollen wir jetzt hier mal ganz kurz zusammenfassen, weil das natürlich essentiell ist bezüglich auf dieses Fortschrittssystem. Also es geht jetzt darum, wie viel ihr von dem Fortschrittssystem freigespielt habt, ist im Endeffekt wurscht, weil nur ein Teil davon mitgenommen wird. Und der Teil bedeutet, da unten, was ihr bei den Lilis-Statuen habt, also ich hoffe mal, ihr habt alle aufgedeckt, wenn nicht, dann ist das eure Aufgabe, bis die Season startet, alle Altäre von Lilis zu finden. Soft und Hardcore ist getrennt, bedeutet also, ihr müsst es zweimal alles suchen und wie viel ihr von der Karte aufgedeckt habt. Sprich, ob ihr die gesamte Weltkarte sehen könnt. Ich gehe mal davon aus, als braver Diablo 4 Spieler habt ihr beide Punkte vollständig erfüllt. Das bedeutet also, wenn die Season startet, habt ihr instant zweieinhalb von dem Renown-System, also von diesem Fortschrittssystem erfüllt. Das bedeutet wieder darum, dass wenn ihr einen Charakter erstellt, könnt ihr direkt auf Skill-Punkte, Flasks, also in dem Fall Heiltränke und andere Sachen zurückgreifen. Wenn ihr davon noch nichts gemacht habt, sofort Altäre und und Farmen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier ins Spiel gehen, wir nehmen natürlich die stärkste Klasse aus der Season, das ist dieses Mal der Nekro. Das wisst ihr noch nicht, weil ihr habt die Batch-Notes noch nicht gesehen. Aber im Endeffekt, wenn du einen Nekro erstellst in der Season, ja und den nennst du dann Season Hero 1, geht sich nicht aus, bleibt einfach bei Season Hero. Dann überspringst du die Kampagne. Die Kampagne kannst du nur dann überspringen, wenn du in der Off-Season, das bedeutet also davor im Endeffekt, einmal die komplette Kampagne gemacht hast, ist es möglich, die Kampagne zu überspringen. Wir haben das mehrfach getestet, ob du schneller bist, XP-technisch und Level-technisch, ob man die Kampagne spielt und dann skippt oder ob man sie gleich skippt. Basierend darauf, dass man aus den Statuen und der Aufdeckung zusätzliche Punkte kriegt, machst du einen direkten Sprung der Kampagne, könntest auf Weltstufe 2 gehen, weil diese Diskussion Weltstufe 1, Weltstufe 2, ich sage euch eiskalt wie sie ist, ihr geht instant auf Weltstufe 2, weil du eben vom Skills-System her Zugriffe hast. Das heißt also, das System startet. Jetzt seht ihr mal dann, was passiert, wenn du die Kampagne übersprungen hast. Genauso ist es dann auch in der Season. Das Ding geht los. Jetzt siehst du die jeweiligen Hauptstädte, weil dort sind die Teleporter aktiviert. In der Season wird die gesamte Map aufgedeckt sein und hier bei dem Fortschrittssystem haben wir die ersten Punkte frei. Das heißt also, wir haben die Fertigkeitspunkte, die Drangpunkte. Was wir nicht haben, sind, so wie ich jetzt hier, was wir nicht haben, sind 10 Skill-Punkte. Warum haben wir keine 10 Skill-Punkte, sondern 5? Ja, weil wir nicht genügend Erfahrung gesammelt haben. In dem Sinne bedeutet, wir haben hier zwar alle Statuen aufgedeckt, das sind 280 Punkte und wir haben hier alle Gebiete aufgedeckt, das sind dann nochmal 76 mal 5 Punkte und deswegen stehen wir kurz irgendwo hier in der Mitte beim dritten. Das heißt also, wenn wir noch ein paar Nebenquests machen, ich schätze mal 2, 3, je nachdem wie weit ihr seid. Ein paar Nebenquests pro Gebiet garantiert euch den dritten Skill-Punkt, also in dem Fall den zweiten Skill-Punkt bei jedem Gebiet. Das heißt also, ihr könnt direkt zum Start, wo ihr 5 Skill-Punkte habt, dann vergebt ihr mal die ersten 5 Skill-Punkte. Ja, wir wissen eh alle, wie der Nekro zu spielen ist. Da vergebt ihr, oh, zu viele Skill-Punkte vergeben. Nochmal zurück. So, also die ersten 5 Skill-Punkte könnt ihr instant vergeben, dann habt ihr schon einen etwas stärkeren Charakter. Ich meine, ist eh eine klare Geschichte. Zusätzlich haben wir natürlich von den Stats her, was Stärke, Intelligenz, Willenskraft und Geschicklichkeit angeht, alle Statuen. Jede Statue gibt, glaube ich, 65 oder 67 Stat-Punkte. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viel es genau ist. Wer es weiß, kann es gerne in den Chat oder in die Kommentare schreiben, aber im Prinzip ist es so, jede Statue gibt entweder eben Stärke oder Int oder Willenskraft oder Sonstiges. Es ist irgendwo in dem Bereich zwischen wahrscheinlich 68 und 70 Punkte. Das heißt also, euer Charakter ist in der Season eigentlich nicht komplett neu und nicht bei 0-0, sondern er ist wesentlich stärker, als es zum Diablo 4 Release war. Er hat auch dementsprechend die Skill-Punkte parat und das heißt also im Endeffekt, ihr macht jetzt noch hier, zack, zack, die zwei Nebengequests. Habt dann noch einen Skill-Punkt frei und könnt dann ganz gemütlich hochleveln, indem ihr zwischen der Season-Reise, dem Season-Thema, also diesen entarteten Herzen, einfach immer schön eure Runde dreht. Den Level-Guide mache ich euch separat, aber nur damit ihr das mal wisst, was ihr mitnehmt und was ihr machen könnt, bevor die Season startet. Und was ihr eben machen müsst oder könnt, bevor die Season startet, ist, diese ganzen Altäre von Lilis zu farmen und eure Weltkarte komplett aufzudecken, weil das Ding einfach rüber geht und euch dementsprechend viele Regions-Fortschritt-Punkte gibt und zwar so viele, dass ihr hier eben über die zwei ersten Etappen direkt rüber springt. Das heißt, dass ihr habt den Fertigkeitspunkt eben und den Drang-Punkt, jede Klasse, immer. Und dann könnt ihr euch den zweiten Fertigkeitspunkt, das ist hier der dritte Abschnitt, in kürzester Zeit in jedem Gebiet holen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, für die, die das vielleicht noch nicht getan haben, wenn ihr die Kampagne überspringt, dann sind nicht alle Gebiete gleich. Also hier seht ihr es zwar, da sind wir Level 15, Level 12, hier unten ist 45 und hier ist 35. Also ihr könnt vor allem im Hardcore nicht einfach aus jeder Hauptstadt rauslaufen, so nach dem Motto, ja ich schau mal, weil die Gebiete in Level untergeordnet seid. Also das skaliert nicht mehr dynamisch mit, wenn ihr es übersprungen habt, das wird euch aber eh auffallen. Und dann seid ihr mehr oder weniger ganz gut ready to go für die Season. Was ihr nicht mitnehmt, ist euer erfarmtes Gold, eure Oboluse, eure gesamten erfarmten Ressourcen. Also die 400 Teufelsrosen habe ich in der Season nicht. Also das wird alles auf Null gesetzt. Das Einzige, was ihr nehmt, ist eine aufgedeckte Karte, die Statuen, die Punkte, die Skillpunkte. Und mit ganz kurz oder sehr schnell, sag ich mal, könnt ihr hier eben noch einen weiteren Skillpunkt einfahren. Und dann startet ihr eiskalt mit 10 Skillpunkten, das sollte nach einer Stunde plus möglich sein. Und wenn man mit 10 Skillpunkten startet, dann geht natürlich schon mal auch einiges leveltechnisch weiter. Was nicht mit übernommen wird, ist Codex der Macht. Das heißt also für alle, die sich denken, jo, ich habe alle 115 Aspekte gefarmt, gratuliere, könnt ihr nochmal farmen, have fun. Einige Aspekte werden auch direkt als Season-Reise-Belohnungssachen angeboten. Also macht die Season-Reise parallel mit, dann kriegt ihr da einige Aspekte raus und ab. Ansonsten, ihr wisst eh, wie es ist, na für eure Klasse, wenn ihr einen gewissen Aspekt sucht. Einfach draufklicken, wird dann direkt auf der Karte markiert, wo ihr hinlaufen sollt. Und findet ihr irgendwo so einen Pfeil, auch wenn es aufgedeckt oder nicht aufgedeckt ist, dann gibt es hier noch die Möglichkeit, die Inni zu spielen. Das heißt, eure Kernaspekte aus den Levelguides, die ja vorgeschlagen werden. Ich verlenke euch unterhalb nochmal die Klassenguides und Levelguides. Aber das, wo das vorgeschlagen wird, die könnt ihr euch dann schnellstmöglich farmen. Jo, und damit haben wir das ganze Thema abgeschlossen. Was mitgenommen wird und was nicht mitgenommen wird und was ihr vor der Season machen könnt oder was ihr gemacht habt. Solltet, weil du sonst einen deutlichen Nachteil hast. Jetzt bedanke ich mich wie immer für die Aufmerksamkeit. Wer noch Tipps hat, ab damit in die Kommentare. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt noch ein, ja das Pferd, okay, okay. Siehst du, deswegen mache ich das live im Stream. Ein kleiner, aber wichtiger Hinweis noch, wir sind noch nicht ganz fertig. Ihr habt dann natürlich auch in der Season die Möglichkeit, direkt auf euer Pferd zu gehen. Das bedeutet also, in der Season könnt ihr direkt aufmounten und losreiten. Was natürlich diverse Levelparts und diverse Reitwege deutlich verringert. Ich weiß nicht, warum es die Teleportwege nicht mitgenommen haben. I don't know. Ist egal. Auf jeden Fall habt ihr das Pferd auch dabei. Das Pferd habt ihr, sobald ihr die Kampagne überspringt. Und die Kampagne kann nur dann übersprungen werden, wenn ihr sie abgeschlossen habt. Also sollte jemand die Kampagne nur zur Hälfte fertig haben oder so, dann müsst ihr das in der Season nochmal von Level 0 weg komplett machen. Also Kampagne abschließen und alle Altäre finden und die Karte aufdecken, sind die drei Kernpunkte, welche ihr erfüllt haben sollt, um den perfekten Seasonstart hinzulegen. Alles andere wäre ein deutlicher Nachteil. Muss man ganz knallhart so sagen. Also wenn euch natürlich die, das egal ist, ist das eine Geschichte, aber nur damit wir es knallhart gesagt haben, die Kampagne muss durchgespielt sein. Die ganzen 100, wie viel sind es, 160 Lille-Statuen müsst ihr gefunden haben und ihr müsst alle Wegpunkte und alles aufgedeckt haben. Und dann seid ihr ready für die Season.